Am Montag, den 26. starten wir wieder, gegen halb 8 Uhr morgens, gegen die Busse. Da geht es zum Katharinenpalast und dem Bernsteinzimmer, der Rekonstruktion des Bernsteinzimmers. Die Kirche des Katharinenpalastes und die Schlangen und die Souvenirverkäufer, das Tor, die Türme der Kirche und hier wird renoviert und da hinten geht es dann wohl rein. Die Kirche des Katharinen Jetzt der große, der große Thronsaal. Viele Leute natürlich hier drin. Rauschende Feste mit bis zu 2500 Personen wurden hier drin gefeiert. Da hinten wieder große Kachelöfen mit Delft, der Porzellan. Goldene Stühle und wieder schöne Deckengemälde da oben, die hat was mit Bacchus und dem Himmel zu tun. Ein kleines Speisezimmer. Noch ein Speisezimmer. Nach dem Bernsteinzimmer. Von dem wir eine Ausschnitte gesehen haben. Hier ein Bilderzimmer. Wieder auch Delfter Porzellankacheln an diesem Ofen, der aber nicht funktionsfähig ist. Weil die Heizung hier anders funktioniert hat. Wieder ein Zahn. Festzimmer von Katharina der Großen. Mehr grün gehalten. Mehr grün gehalten. Und wieder draußen. Mehr grün gehalten. Mehr grün gehalten.